Thomas, hier ist eigentlich schön bei euch auf der Insel, wir sind auf Fehmarn, da hinten ist der Belt. Aber wenn ich da so hingucke, da passiert gerade eine riesen Umweltsauerei, oder? Das ist richtig. Die Ostsee wird auf einer Länge von 19 Kilometern ausgebaggert, um einen Absenktunnel zwischen Deutschland und Dänemark zu errichten. Aber da befindet sich doch ein Riff, das ist doch der Naturschutzgifter. Das ist richtig, das Riff wurde festgestellt, aber es wurde mittlerweile zugeschaltet. Einfach so. Ausgleichsflächen sind bis jetzt nicht geschaffen worden. Wozu wird dieser Tunnel gebaut? Wer braucht den? Also ganz ehrlich gesagt, von uns. Niemand oder nur die wenigsten, die einfach nur zur Verkürzung der Fahrzeit um 20 Minuten bis nach Dänemark gehören. Ihr akkashiert euch als BÜD-IP hier dagegen und ich drücke euch alle Daumen, dass diese ökologische Katastrophe aufwendet wird. Vielen Dank.